Der YouTuber Alpi Ferd hat ein neues Video hochgeladen. Einige werden sich jetzt fragen, wer ist das und wieso ist das jetzt so besonders? Darauf gehe ich in diesem Video zuerst ein und später werde ich auf den Inhalt des Videos eingehen. Alpi Ferd hat Actioncam-Aufnahmen seiner rücksichtlosen Rasereien und lebensgefährlichen Überholmanöver auf seinen YouTube-Kanal gestellt. In einem Video zum Beispiel fuhr er fast einen Mann um und machte sich dann darüber lustig. Im Juni 2016 soll Alpi erst ein Auto gerammt, dann Pfarrerflucht begangen und dann ein Rentner mit überholter Geschwindigkeit totgefahren haben. Die Anklage lautete Mord. Während des Prozesses zeigte Alpi Reue. Die Anklage wurde später zu fahrlässiger Tötung geändert. Er wurde dann zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt, da das Gericht davon überzeugt war, dass es sich um keine Tötungsabsicht handelte. Er hat vor drei Monaten ein Statement-Video angekündigt. In seinem neuesten Video erklärt er dann, wieso dieses noch nicht online ist. Das Urteil von zwei Jahren und neun Monaten Haft sei lange noch nicht rechtskräftig, da derzeit noch die Revision läuft. Bei einer Revision wird das Urteil auf Rechtsfehler untersucht. Das Verfahren läuft also noch und daher kann alles, was er sagt oder macht, gegen ihn verwendet werden. Die Revision soll noch zwei Monate bis zu einem Jahr dauern. Da Alpi mit seinem Statement-Video nicht so lange warten möchte, kommt dieses schon bald. Obwohl ich dann quasi trotzdem alle Fragen beantworte, halt aber mich dann quasi im Endeffekt irgendwie selbst ein bisschen zensieren werde. Er möchte sich mit seinem Statement-Video, welches mehrere Stunden gehen soll, vor seinen Zuschauern verantworten. Dieses lädt er auf seinem neuen Kanal namens Alpi hoch. Sein alter Kanal Alpi Pferd wird er bald löschen, weil dieser ihm zu negativ belastet ist. Ich bin gespannt, ob es bei einer Haftzeit von zwei Jahren und neun Monaten bleibt und was er mehrere Stunden in einem Statement-Video sagen möchte. Abonniert doch meinen Kanal, damit ihr über Aktuelles auf YouTube auf dem Laufenden bleibt. Teilt doch das Video, würde mich riesig freuen.